Ich habe eine Rechnung von dir bekommen, über 900 Euro. Richtig, ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Das ist ein Scherz, ne? Nein. Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja, klar meine ich das ernst. Ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Moment, Moment. 900. Ich glaube, ich habe dir drei Stunden berechnet, habe aber vier Stunden dran gesessen. Um ganz ehrlich zu sein, es ist gut, dass ich es gelesen habe. Es muss überarbeitet werden. Absolut null Interesse. Es tut mir auch leid, dir sagen zu müssen, dass ich mir Notizen gemacht habe. Fragen wird niemand Ihnen glauben, wenn nicht, glaubt Ihnen Ihre Frau nicht. Und Sie werden Ihnen todsicher die nächsten drei Jahre zur absoluten Hölle machen, denn so lange dauert es nämlich, bis es zur Verhandlung kommt. Und der ganze Spaß kostet Sie 100.000 Dollar. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020